So Leute, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Pokémon Blau in der Randomizer Nasslock Challenge. Im letzten Part hatten wir einen ewig langen Part, in dem wir durch den ewig langen Fels-Tunnel gegangen sind und sind dann letzten Endes in Lavandia rausgekommen, welcher Stadt wir jetzt auch untersuchen werden. Tragosso tragen Schädelmasken, man zahlt für sie eine Menge Geld. Ich sah, wie die Mutter eines jungen Tragosso vergeblich versuchte, dem Team Rocket zu entkommen. Oh je, Mini. Das Team Rocket würde für Gold alles tun. Ach, so wie ich quasi eigentlich. Ach ja, Geister spucken im Pokémon-Turm. Ich glaube, das sind die Geister jener Pokémon, die das Team Rocket auf dem Gewissen hat. Den Pokémon-Turm hier werden wir vorerst noch meiben, weil da ist zum einen ein starker Kampf gegen den Rivalen und zum anderen kommen wir da eh noch nicht weiter. Silph-Scope macht das Unsichtbare sichtbar. Silph-Co. Wunderbar. Wunderbärschen. Glaubst du an Geister? Nö, eigentlich nicht du. Aha, natürlich nicht. Und diese weiße Hand auf deiner Schulter? Ist natürlich nicht echt. Ja, total. Mögen die Seelen der Pokémon im Pokémon-Turm im Frieden ruhen. Ach ja, Lavandia, die Stadt, um die sich 10.000 Mythen ranken. Lavandia, die edle, violette Stadt. Ich sehe hier nur grau. Diese Stadt ist als Ruhestätte für Pokémon bekannt. Im Pokémon-Turm werden Andachten gehalten. Warte, ich satt hier. Lavandier-Pokémon-Haus. Okay. Was ist denn hier drin? Mr. Fuji ist nicht zu Hause. Woher mag er gegangen sein? Das weiß ich nicht. Was macht ihr denn eigentlich in seinem Haus? Das hier ist Mr. Fuchis Haus. Er ist sehr fürsorglich. Er kümmert sich um ausgesetzte und verwaiste Pokémon. Na gut. Großes Pokémon-Gewinn-Spiel. Es sind keine Teilnahmekarten mehr vorhanden. Sie wurden alle abgeschickt. Wird er wohl ein Lotto-Suchti sein? Glücksspiel kann süchtig machen, Kinder. Jaja. Ich hasse dieses furchtbare Team Rocket. Die arme Mutter ist Tragosso. Sie konnte dem Team Rocket nicht entkommen. Ah je, ah je. Das waren gerade komische Soundbugs, aber gut. Wer bist du? Hallo, ich bin der offizielle Namenbewerter. Soll ich die Spitzenamen deiner Pokémon werten? Nö, danke du. Komm vorbei, wann immer du magst. Bin ganz zufrieden mit meinem Pokémon-Namen. Habe ich eigentlich wieder Pummelhof aus dem Team rausgekickt? Ja, habe ich. Gut. Stattdessen ist wieder Salat drin. Das ist super. Das ist prima, du. Ich suche nach Alten, die die Fähigkeiten meiner Pokémon während eines Kampfes verbessern. Zum Beispiel X-Angriff, X-Abwehr, X-Tempo und X-Spezial. Weißt du, wo ich diese kaufen kann? Nö. Und ich würde es dir auch nicht sagen, weil die Items kacke sind. Kennst du den Überleber? Damit kannst du bereits besiegten Pokémon wieder Kraft geben. Ja, aber das ist für mich verboten in dieser Challenge. Tut mir leid. So, kaufen wir mal ein paar Pokébälle. Also Superbälle. Genau. Machen wir mal. Na, machen wir 10. Warum nicht? Warum nicht? Was soll der Geiz? Supertränke auch auf jeden Fall 10. 10 davon gleich am Stück hier. Das klingt nach einem verlockenden Preis. Und dann noch Super-Schütze. Warum auch nicht? Die können wir auch noch später zumindest für die Wasserrouten gebrauchen. Also, was soll der Geiz? Einmal alles bitte. Dankeschön. Dankeschön dafür. So, eigentlich müssen wir jetzt links weiter Story blinkt. Aber wir gehen erstmal nach unten. Da sollten wir irgendwann von dem Relaxo aufgehalten werden, dort weiterzugehen. Das müsste jetzt auch schon die nächste Route sein. Route 12 oder so. Ja. Genau. Achso, und auf Route 10, die da bei dem Fels-Tunnel ist, da hätten wir ein Pokémon fangen können. Aber da war gar kein Grasfeld. Das heißt, wir hätten entweder angeln müssen oder Surfer haben müssen. Und an der Angel ist, glaube ich, meistens nur Kabador dran. Von daher verzichten wir da erstmal drauf. Deswegen werde ich hier jetzt auch noch nichts fangen. Also, nur damit ihr Bescheid wisst. Route 12, nur ein Lavandier. Ein Wunderbärchen. Und was ist im Süden dieser Stadt? Oberhalb der Treppe ist ein Ausguck. Okay, das ist ja wunderbar. Dann schauen wir mal auf diesen Ausguck drauf. Meine Pokémon. Wurden im Pokémon-Turm zur letzten Ruhe gebettet. Und ich gebe dir diese TM. Ich benötige sie nicht länger. TM 39, was ist das? Was ist das für ein TM? Das schauen wir doch gleich mal nach. Äh, Sternschauer. Ja, eigentlich nicht. Du, ne. Obwohl, Sternschauer ist nicht sogar in dieser J noch ganz gut. Äh, mal überlegen. Mal überlegen. Vielleicht früher oder später. Aber jetzt erstmal nicht. Erstmal gehen wir jetzt die Route hier entlang. Und gucken, was uns hier erwartet. Wir sollten uns ein paar Träne erwarten. So, und da werde ich auch gleich mal noch Smepo wieder an die erste Stelle tun. Weil der jetzt am meisten zurückhängen müsste. Na gut, ein Level. Gut, Stick ist auch noch gar nicht so. So weit, sag ich mal. Aber Salat hat es mir ja nötig. Erstmal. Cool, mir ist etwas ins Netz gegangen. Was denn? Zeig mal her, was dir ins Netz gegangen ist. Entweder musst du jetzt Käfer-Pokémon oder Wasser-Pokémon haben. Sonst ergibt das keinen Sinn mit Netz. Ja, ich glaube die Ente. Na gut. Rein theoretisch könnte ja auch eine Ente ins Netz gehen. Aber. Bisschen unwahrscheinlich, oder? Ja, Schnabel. Okay, wir wechseln dann doch mal. Ich habe überlegt, ob ich drin bleiben soll. Aber nee, das ist mir dann doch ein bisschen zu heikel. Vor allem, wenn der nur Flug-Pokémon haben sollte. Aber wir haben ja eine Antwort auf Flug-Pokémon. Das ist mir gerade wieder eingefallen. Wir haben ja den Donnerblitz. Warum empfällt mir erst mal wieder, dass wir den haben? Weiß es nicht. Naja. Oh, Dito ist ein Normal-Pokémon. Okay. Da kommt trotzdem Donnerblitz drauf. Ich glaube, Dito hält speziell nicht so viel aus. Ich weiß es nicht. Also so mäßig, ne? So, jetzt dürfen wir aber keinen Donnerblitz mehr einsetzen. Weil das sollte nicht sehr effektiv sein, wenn mich nicht alles täuscht. Also, beziehungsweise überhaupt keine Wirkung zeigen. Ich weiß gar nicht, ob das hier schon war. Aber ich glaube schon, oder? Dass Elektroattacken auf Boden keine Wirkung haben. Naja, wie muss es sein? Alles palerio. Von der Bärchen. Und noch ein Evoli hinterher. Sollte auch nicht das Ding sein für uns. Kein Problemo. Null Problemo. Sag ich immer gerne. Von der Bärchen. Noch ein Donnerblitz drauf. Ein Dönerblitz. Und weggiestert Evoli auch. Hm, Evoli Kebab. Lecker, lecker. Mist, bloß ein kleiner Fisch. Das waren keine Fische, aber... Ich drück mein Auge zu. Vielleicht auch zwei. Dann sind vielleicht Porrenta und... ...der Rest irgendwelche Fische, die du dir ausdenkst. Nur mit der Ruhe. Als Angler muss man geduldig sein. Das stimmt. Aber Angeln ist auch überhaupt nichts für mich. Ich war damals mal zum Urlaub in Dänemark. Und da haben halt die älteren Herren, die da mit waren, geangelt. Aber für mich ist das überhaupt nichts für mich. Also Angeln ist... Weiß nicht. Ich hab sogar einen Fisch gefangen, glaub ich, damals. Aber so grundsätzlich eigentlich ist echt nichts für mich. Da musst du halt echt so... ...die Geduld haben. Und... Ja, weiß nicht. Zudem, die meisten... Also in Dänemark darfst du ja die Fische, glaub ich, sogar essen. Aber hier wär ja jetzt beispielsweise, dass du die Fische eigentlich wieder zurückwerfen musst. Ist ja auch vernünftig. Ich mein, das wär ja... Und ist auch Tierquälerei. Also gut, ich meine, ich esse Fleisch und so. Und Fisch ist jetzt nicht meins. Aber halt trotzdem... Ich will jetzt nicht einen auf Moralaposte machen hier, dass... Oh nein, Fische sind lebensbedroht durch Angler. Nee, ist ja die meisten. Man braucht ja eh einen Angelschein, um in Deutschland zu angeln. Und in Dänemark weiß ich gar nicht, ob man da unbedingt einen braucht oder ob man da quasi einfach so angeln darf. Aber man darf die Fische ja... Der ist mir entfischt. Aber man darf die Fische da ja auf jeden Fall so angeln, glaub ich. Man kann die ja auch dort essen. Also entweiden und so'n Scheiß. Und das ist für mich nicht sehr appetitlich zuzusehen. Ich hab das einmal gesehen und... Boah. Danke, ihr König gegen das Pokémon-Kind. Sollte schon okay sein, soweit. Sollte nicht viel machen. Also ein Dorn sollte uns nicht viel machen können. Wenn doch, dann feil ich aus allem wollen. Aber nein. Wunderbärchen. So, Salat. Wunderbar. Das war Spitzer. Dankeschön. Immerhin kriegt er sich durch ein Kompliment rauszuhauen. Das muss man ihm lassen. Ja, hier werden wir wahrscheinlich dann nochmal zurückkehren mit Surfer und dann hier ein Pokémon angeln, äh, empfangen. Aber so kann halt meistens nur Carpador rauskommen und ja, ich müsste jetzt nicht unbedingt ein Slot für ein Carpador verschwenden, auch wenn Gerardos an sich kein schlechtes Pokémon per se ist, aber halt, äh, ein Carpador in einem Nasrack zu trainieren, nee, du lass mal. Nee, du lass mal. Da würde mir Besseres einfallen. Eigentlich würde ich lieber arbeiten. Okay, dann geh doch arbeiten, du harter. Dann geh doch arbeiten, statt zu angeln. Also, es, muss ich das verstehen? Nein. Wiss gar nicht. Angler gibt's ja grundsätzlich eigentlich auch als Beruf quasi, also halt die Hochseefischer, oder? Die dann Fisch für die großen Konzernen und sowas fangen. Aber dann geh doch arbeiten. Dann wird doch Seemann oder so. Also, dann mach dein Hobby zum Beruf. Also, ich weiß gar nicht, was du hast. Jungchen. Komischer Typ. So, auch Level 26 für Steak. Wunderbärchen. Ah ja, er hat, ja, ich kann gar nicht sagen, was er hat. Er hat entweder Normal- oder Flug-Pokémon. Aber auf jeden Fall Truffballer mit Donnerblitz und das wird helfen. Wunderbärchen. Ja, entweder hat er Normal- oder Flug. Ich kann es immer noch nicht sagen. Oder ist Porenta nur Flug? Hm. Hm. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ah, okay. Wir werden es nie herausfinden, solange ich nicht weiß, ob Porenta nur Flug ist oder Normalflug. Aber ich glaube, Normalflug, so wie alle, fast wie alle Flug-Pokémon, oder? Gibt es ein reines Flug-Pokémon in der ersten Gen? Hm. Das war wahrlich kein Zuckerschlecken. Ist er halt wirklich komplett nur Flug? Gibt es, glaube ich, gar nicht, oder? Gibt es, glaube ich, gar nicht. Doch, bei Roller. Hey. Ohne hier Werbung zu machen, ne? So, hier ist niemand und hier ist das Relaxo. Okay, ein schlafendes Pokémon versperrt den Weg. Ja, gut. Sportangelzone. Na gut, hier kommen wir auf jeden Fall erstmal nicht weiter. Dann geht es zurück. Und dann können wir auch auf die lange, auf die lange Seite, auf die linke Seite von Lavandir und dort noch ein paar Kämpfe bestreiten und vielleicht noch ein neues Pokémon fangen, ne? Klinken am Plan. Weil bisher weiß ich noch nicht, was ich auf das Thumbnail nehme. Letzten paar war ja auch irgendwie Nido King auf dem Thumbnail. Mal gucken. Ich werde jetzt auch öfter versuchen, Pokémon auf den Thumbnail zu packen, aber bisher war da jetzt nichts Spannendes bei, was wir auf das Thumbnail packen hätten können. Naja, bitte muss sein. Gut. So, nur packe ich einfach das Map oder so aufs Thumbnail. Genau. Irgendwie sowas oder Borenta. Ne, erstmal hier. Heilen und dann gehen wir noch auf die linke Seite und gucken, ob wir da irgendwas fangen können oder lustige Trainer finden, die wir besiegen können. Mal gucken. Ist gar nicht so einfach bei Pokémon zu entscheiden, was man aufs Thumbnail packt, muss ich sagen. Also halt, ich mach ja gerne Thumbnails, aber bei Pokémon ist das immer so eine Sache. Da weiß ich manchmal geil, was ich drauf packen soll. So, ist das so eine ewig lange Route? Das könnte eine ewig lange Route sein. Welches Pokémon ist süß, pummelig und kuschelig? Mal gucken. Zeig's das mir hoffentlich gleich. So rein theoretisch müsste das Pummeluf oder Pikachu sein, aber das ist wahrscheinlich was anderes. Tito, dem würde meine Freundin definitiv zustimmen. Obwohl jetzt pummelig würde ich jetzt nicht sagen, aber süß und knuddelig, dem würde meine Freundin zustimmen. Ach, Tito ist schon ein putziges Pokémon. Muss man auch einfach so sagen, auch in der ersten Gen. Na, natürlich, natürlich giftpuderst du mich. Du Sau. Na, ist okay. Solange, solange du das machst, ist alles im Bodein. Ja, ja, alles gut. Vergreif dich mal selber an, bitte. Ja, okay, dann mach halt den Deckel und alles wird gut, alles wird gut hier. Da gehen wir auch gleich nochmal ins Pokémon-Zimmer zurück, weil mit Gift will ich ja nicht rumlaufen. Mauzi sollte mir auch nicht viel anhaben können, oder? Nee, eigentlich nicht, du. Aber langsam merke ich leider, dass Salat nicht mehr so gut ist. Langsam, langsam zeichnet sich ab. Ja, man merkt, dass es ein frühes Pokémon ist, quasi. Also auch im Original, quasi. Ja, man merkt es langsam. Es ist leider... Langsam zeichnet sich es ab. Aber naja, das ist es. Hör auf. Sei nicht so gemein zu Pipi. Das war kein Pipi. Das war Mauzi und das waren... Was war das andere? Ein Dito, genau. Das Dito wollte ich jetzt echt nicht gemein sein, aber ich musste. Tut mir leid. Tut mir leid, Schatz. Aber ja, gut. Pokémon. Pokémon her. Und dann heilen wir einmal. Bitte schön, Schwester Joy. Du bist gar nicht Schwester Joy. Du siehst nicht... Du bist nicht pinkhaarig, glaube ich. Es ist immer... Schwester Joy immer komische Haare. Es ist so... Zu komisch lockig. Gucken, wie lang die Route hier ist. Ich bin ein weit herumgekommener Glücksspieler. Glücksspiel kann süchtig machen, Kinder. Ja, ja. Lasst euch das nicht ansehen. Lasst euch... Lasst euch nicht darauf ein. Ja, ja. Immerhin haben wir was. Haben wir das richtige Pokémon vorne. Eine Konfusion und dein Nebulak sollte noch nicht down sein, aber nach einer zweiten... Kommfu-Strahl. Ich hasse Kommfu-Strahl. Okay, gut. Alles in Butter. Alles in Guacke, wollte ich gerade sagen. Alles in Guacke, ja. Ja, okay. Noch eins davon. Ist mir recht. Ist mir recht. Gut, der hat jetzt eh nur Gift-Pokémon haben können. Oder halt... Der hätte auf jeden Fall Gift-Pokémon haben können, weil alle Geist-Pokémon in dieser Gen haben auch den Gift-Typen. Es gibt nämlich nur drei. Apollo, Nebulak und Gengar. Die haben alle drei den Gift-Typen zusätzlich. Och nö. Para-Fusion. Och nö. Oh, Nachtnebel. Öh. Uiuiui. Ich glaube, da wechsle ich gleich mal. Ja, da wechsle ich definitiv einmal. Äh, Schwebe gab's hier noch nicht, ne? Also könnte ich eigentlich auch mit Boden-Attacken raufhauen. Ist eigentlich vollkommen wurscht. Einmal hier ein Schaufler drauf und gut ist's. Ja, wir werden gleich nochmal zum Pokémon-Center rennen. Das tut mir jetzt ein bisschen leid, aber ist halt so. Kann ich jetzt nichts für das, äh, das Spiel so. Denkt, den Jackpot habe ich noch nicht geknackt. Dass das Spiel denkt, oh, ich hau dir eine nach der anderen Status-Veränderung rein. Juppie. Und wenn das Pokémon-Center hier gleich um die Ecke ist, dann würde ich bestimmt nicht den Teufel tun und Items irgendwie einsetzen. Die das gleiche bewirken würden, wie ein Gang zum Pokémon-Center. Das dauert vielleicht ein bisschen länger, aber hey, was soll's. Hauptsache wir überstehen die Nasslock. Das ist natürlich mein großer Wunsch. So, die Nasslock einfach zu überstehen mit möglichst wenigen Verlusten. Bisher haben wir auch nur einen zu beklagen. Ich hoffe, das bleibt auch noch lange, lange so. Ich bezweifle es, dass es lange so bleiben wird. So, ich würde sagen, ich glaube hier in der Mitte gab's doch das Grasfeld. Wenn mich nicht alles täuscht. Jaja, hier ist ein Grasfeld. Da können wir uns gleich noch ein neues Pokémon fangen. Schauen wir doch einfach mal, was wir bekommen. Und dann machen wir die Route hier noch fertig, würde ich sagen. Oder? Ja. Klingt mir am Plan. Aber erstmal gucken, was wir für ein Pokémon bekommen. Was für ein schickes neues Pokémon bekommen. Wulpix haben wir schon. Sogar im Team. Also weg damit. Tut mir leid, Wulpix, aber du bist nicht gefragt. So, dann weitersuchen. Wulpix ist zwar ganz cool, aber... Nee, du, lass mal. Lass mal lieber. Lass mal stecken. Nein, Eierkuchen. Ne, he, he. Pummelow. Pummelow, es tut mir leid. Eierkuchen. Immer wenn ich Pummelow sehe, muss ich an Eierkuchen denken. So ist der Radfratz-Einsatz eigentlich. Also halt, weil Pummelow taucht schon auf extrem viel Ruhe. Das könnte entweder ein Taubsiersatz oder halt ein, äh, hier ein Dixbombsersatz sein. Äh, wie hieß das? Krapatz. Genau. Genau. Entweder das oder Taubsi. Eins von beiden wird es ersetzen, denke ich, weil es auf extrem vielen Routen kommt. So, ich warte jetzt noch ein Pokémon ab. Ah, Fleckmon. Okay. Fleckmon. Grundsätzlich gar nicht mal so kacke. Interessant auf jeden Fall. Und wir haben echt, wir kriegen jetzt echt viele Wasser-Pokémon. Ich hätte gerne mal ein vernünftiges Pflanzen-Pokémon, du. Ach, Konfusion viel? Nö. Okay. Alles gut. So, dann machen wir noch ein paar Konfusionen drauf. Ja, eine noch. Dann versuchen wir es einzuschläfern. Und dann... ...ein Pokébällchen drauf. Genau. Klingt nach dem Plan, oder? Ja, Schlagsspur. Ich hab ja gar keinen Schlafpuder mehr. Na, Schlagsspur ist auch gut. Davon kann sich wenigstens nicht selbst heilen, quasi. Komm, Pokéball. Weil, ja, warum nicht? So. Wunderbar. Ah, Fleckmon wurde gefahren. In... Wunderbärchen. Neuer Eintrag am Provex. Ein unglaublich träges Pokémon. Wenn es verletzt wird, bemerkt es den Schmerz erst Sekunden später. Ähm... Spitzname. Fleckmon. Ähm... Ich weiß nicht. Kaugummi. Kaugummi klingt irgendwie nach... Es ist ja original Pink und warum nicht? Also irgendwie so... Irgendwie anhat es mich an Kaugummi. Irgendwie so... Lange zu... Es kann seinen Namen langziehen wie ein Kaugummi. Klingt nach dem Plan, oder? Wunderbar. Wunderbar. Es war jetzt nicht wirklich ein... ...sehr nachreiches Menü, aber... ...kann man doch mal machen. Kann man doch mal machen. Nicht jedes Mal in der Pokémon muss ein sehr nachreiches Menü sein. Und zu gewinnen benötigst du eine gute Strategie. Und die wäre... Die... Dann zeig mal deine Strategie hier, mein Friendo. Mi Friendo. Oh... Der Streber. Der Menke einsetzt. Okay, das finde ich gut, dass du Kampfpokémon scheinbar einsetzt. Da habe ich doch die passende Antwort für mit meiner Konfusion. Ach ja, Kampfpokémon kann es immer noch ganz gut handeln, dadurch dass wir halt... ...die Attacken auch gut abblocken können. Oh, aber Karate-Schlag ist normal, ne? Das darf man nie vergessen. Das Karate-Schlag eine Normal-Attacke ist in dieser Gen. Ja, dann setze ich gleich mal einen Super-Trank ein. In diesem Kampf sollte Salat rocken können. Ohne Probleme eigentlich. Solange wir hier nicht zu Tode gesehbar blickt werden. Schiel mich nicht so an. Schiel mich nicht so an, du Streber. Was hast du denn noch als letztes Kampfpokémon im Peddum? Wirbelwind? Ganz bestimmt nicht. Ganz bestimmt nicht. Nein. Sicherlich nicht, ja? Macholo. Okay, oh Gott, Macholo sieht ja so dämlich aus, ne? Macholo hat den dämlichsten Sprite, glaube ich, aus dieser Gen einfach, oder? Ich weiß nicht, es gibt bestimmt noch dämlichere, aber Macholo hat schon dämlichen Sprite in dieser Gen. Was ist das? Oh, ich tue, als ob ich ganz stark wäre, aber habe irgendwie gar keine Muskeln. Meine Rippen luken nur hervor. Ich habe verloren, das ist nicht logisch. Tja, das tut mir jetzt aber leid. Dass ich deine Logik zugrunde gerichtet habe. Oh Gott, hier sind vier Trainer, ne? Die Schule macht Spaß, Pokémon zu trainieren, aber auch. Ich habe gesagt, wir machen die Blute, also machen wir die auch, ganz ehrlich. Wir werden jetzt alle vier Trainer hier besiegen, die sollten alle auch nur ein bis zwei Pokémon haben, wahrscheinlich. Von daher ist das schon okay. So, ich habe gerne einen Flug-Pokémon-Broiler. Einmal bitte raus. Das können wir gut handeln. Staccato, was ist das überhaupt für eine Attacke, die habe ich... Ah, okay, so eine Mehrfachattacke. Ah gut, zweimal. Süß. Ist er süß hier? Ist er ganz süß? Oh wei. Reflektor, das gab es damals schon? Okay. Ich wusste nicht, dass es Reflektor damals schon gab. Ist mir neu. Das Reflektor kam erst irgendwie dritte, vierte Gen oder so hinzu. Oder zweite vielleicht. Aber erste? Hm. Ist doch quasi hier das gleiche wie Lichtschild, oder? Also halt bloß für besondere Attacken. Irgendwie so. Okay, ich gehe lieber zur Schule. Guck, besser so. Bleib in der Schule. Ich mag alle Nidorans sehr gerne. Deshalb sammle ich sie. Ich glaube nicht, dass du Nidorans hast, aber zeig mal her. Wenn doch, wäre ich auch d'accord damit. Ja, okay, zwei Pokémon. Äh, Glumander, da bin ich nicht d'accord damit, wenn ich Salat vorne habe zumindest. Da wechseln wir doch mal ganz schnell zu Kaviar. Aber ganz, ganz sügig, du. Wunderbärchen. Ach ja, Glumander. Auch ein schönes Pokémon eigentlich, aber... Es wird mir wohl nicht vergönnt sein, jemals eins zu fangen oder zu haben in dieser Nasslock. Mal sehen. Vielleicht war ein anderes. Wir hätten ja eigentlich viel hier haben können, aber ich wollte ja nicht, ne? Aber wenigstens kann man hier mit Kaviar drinbleiben. Ich sollte ja weiterhin Feuer-Pokémon einsetzen, das Skull. Also, ja, Vokano. Auch ein schönes Pokémon. Mann, wir haben die so schöne... Okay. Die haben so schöne Pokémon hier. Also, ich bin froh, dass wir das mit Randomizer spielen, weil sonst wäre das wahrscheinlich ultra langweilig, wenn die wirklich immer nur die gleichen Pokémon hätten und so. Was ja durchaus hier zutreffen würde. So wird wenigstens auch das Silph-Scope-Gebäude später nicht so langweilig. Denn, äh, ja. Ich glaube, jeder, der schon mal die erste Gen oder halt das Remake oder ein Remake davon gespielt hat, der weiß, wie nervig das Silph-Scope-Gebäude ist. Warum? Warum nur? Dass wir auf jeden Fall in zwei Parts teilen werden später. Aber mal gucken, ne? So, Mauzis so süß. Miauts, miauts. Ich glaube nicht, dass du Mauzis hast. Zeig mal her, was das hat. Fast, du hast ja... Die hat sogar drei Pokémon. Myrapla? Okay, damit kann ich leben. Solange ich Salat vorne habe. Ein bisschen Konfusion drauf da. Wunderbärchen. Säure. Säure? Säure ins Gesicht? Ah, ich muss mir merken. Gift auf Käfer. Sehr effektiv in dieser Gen. Das muss ich mir merken. Aber... Du bist kein Käfer-Pokémon. Chili. Chili darf ran. Äh, du bist ein Käfer-Pokémon, aber kein Gift-Pokémon. Ja, du bist kein Käfer-Pokémon. Nein, Paras, du bist kein... Red dir das aus. Du röst einfach kein Käfer-Pokémon. Du bist nur ein Gift-Pokémon. Nein, bist du nicht. Ach, komm schon. Komm durch, bitte. Komm bitte durch. Bitte. Bitte, bitte komm durch, mein liebes Chili. Dankeschön. Vielen Dank dafür. So, was kommt als nächstes noch an Paras? Bitte komm sofort durch. Danke, das wäre super... süß. Bitte, komm sofort durch. Danke, 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 danke. Wie gesagt, wir machen die Route jetzt hier noch fertig. Egal, was es kosten mag. Egal, ob der Part eine halbe Stunde lang wird, mal wieder. Miauts. Der letzte Papa 40 Minuten lang, also heult nicht rum. Wenn dieser Part hier 30 Minuten lang wird. So, alle mal ein bisschen hochheilen, würde ich sagen. Für den Fall der Fälle, dass die irgendein komisches Pokémon hat, sollten wir vielleicht ein bisschen gewappnet sein. Und lieber ein bisschen mehr heilen als alles andere. So, die Bräuler braucht noch kein Zeug hier. Witzig, wie das Spiel so ein bisschen laggt, sobald es hier rausgeht aus dem Trankmenü quasi. Witzig. So, hier ist glaube ich nichts weiter. Wenn jetzt die Route hier noch weiter geht. Wie weit ist denn die Route hier noch? Tunnelfahrt, pass mal an, erst hier die Lavandia. Okay. Okay. Ich habe keine Ahnung, was das soll. Äh, na gut. Ähm. Ich will mal kurz gucken. Ja, okay, den Trainer hier machen wir noch und dann gehen wir in das... Das sind zwei Trainer. Verdammt. Okay, die zweite machen wir noch. Und dann gehen wir in das Häuschen da hoch und dann ist der Part beendet. Okay, die Spiele mögen beginnen. Und danach ist der Part ein für alle Mal beendet. Okay? Okay. Super. Krabi. Okay. Dann werde ich gleich mal Nidoking einsetzen. Steak, bitte komm heraus aus deinem Pokéball. Ich brauche dein... Deine Balls. Nein, nein. Ich brauche dein... Dein Donnerblitz. Ja, dein Dönerblitz. Einmal Dönerblitz, bitte. Dankeschön. Ja. Gut, der wird jetzt nur Wasser-Pokémon haben. Das heißt, wir können einfach drinnen bleiben. So. Und da hat Salat auch schon Level 27 erreicht. Das finde ich gut. Das finde ich herzallerliebst. Das finde ich gar nicht mal so verkehrt. Dann können wir uns im nächsten Part wieder auf andere Pokémon schützen. Wir könnten auch rein theoretisch bald alle Pokémon entwickeln. Da wir bald ganz viele Steine bekommen. Also rein theoretisch wäre es möglich, aber... Nee, noch nicht. Nee, du noch nicht. Habe ich noch nicht vor. Erst also... Bei Kaviar muss ich mal schauen, was der noch lernt. Bis zum Level... Also bis man ihn entwickeln kann. Und bei... Ähm... Fullpicks warte ich auf jeden Fall bis Level 35. Knapp vorbei ist auch daneben. In der Tat. Da gebe ich dir vollkommen recht, du. Du weißt viel über Pokémon. Doch wie sieht das mit Chemie aus? Hä? Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Hä? Oh Gott, vier Pokémon... Oh Gott, nein. Es sind Gift- oder Pflanzen-Pokémon. Oh Gott. Bitte habt Gift. Obwohl, ich könnte auch einfach gleich Dingsbums rausholen. Na, ich muss mal schauen, was er gleich hat. Also ob es jetzt Gift-Pokémon oder Pflanzen-Pokémon sind. Mit der Pflanzen-Pokémon hat er mir eigentlich lieber. Kann immer noch beides sein. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht genau. Stachelspore. Och nee. Nicht schon wieder. Nicht schon wieder die Stachelspore. Ich hasse diese statusverändernden Attacke. Wir werden nie erfahren, was er für einen Typen-Kombi hat. Ob es nun Pflanze oder Gift ist. Er hat einfach beides mal wieder. Und dann wird es nie erfahren. Ich weiß gar nicht, ob das auch möglich ist, dass der Randomizer dem Trainer quasi zwei Typen zuordnet. Das könnte natürlich auch sein. Hm. Das könnte auch sein. Dass der Randomizer dem einfach zwei... Oh nein. Paravickel. Oh nein. Nein. Bitte nicht. Nicht Paravickel. Das ist das Schlimmste, was es gibt. Paravickel. Oh, Stravickel. Mein Lieblings-Pokémon. Nein. Natürlich nicht. Aber... Bitte. Bitte lass es aufhören. Bitte komm gleich durch. Bitte komm gleich durch, mein liebes Salat. Bitte, bitte. Bitte komm gleich durch. Ich möchte weinen. Alter. Alter. Was soll das? Bitte. Hör auf damit. Bitte. Bitte höre auf damit, Knopfenser. Bitte, bitte. Es ist schrecklich. Danke. Bitte komm durch. Du, ich danke. Warum? Kackwachstum. Wir können während Vicky nämlich doch nicht auswechseln. Das ist witzig, ne? Der erste Gen. Dass man während Vicky nicht auswechseln kann. Das ist ganz wunderbar. Wer hat sich das ausgedacht? Bitte komm jetzt durch. Bitte. Danke. Ich klang bestimmt gerade ein bisschen wie Arnold Schwarzenegger so. Oh. Hm. Ich bin der Präsident. Ich bin der Präsident. Oh. Einige an Schmerzen. Okay. Okay. Wie auch immer du darauf kommst. Das große Einkaufszentrum in Prasmania. Erzähl. Hier hat eine riesige Auswahl. Ich hab keine Ahnung, was hier unten ist. Aber ich lass das mal erst mal einfach. Achso, warte mal. Ne, ne. Das lassen wir noch gar nicht. Weil wir, wir gucken erst mal hier. Da kommen wir bestimmt nicht durch, oder? Ja. Ich liebe hier Wache. Oh. Ich bin so durstig. Halt. Stopp. Der Durchgang ist gesperrt. Ja. Hier werden wir nach Zafronia City kommen. Wir müssen ja nach Prismania City. Also gehen wir im nächsten Part dort oben lang. Durch den Tunnelfahrt hier. Und dann sollten wir auch Prismania City erreichen. Aber für diesen Part soll es das jetzt ein für alle Mal gewesen sein. Das habe ich so gesagt. Und damit ist es auch so. Tschüssi Kosti. Euer FlassTV. Bis zum nächsten Part. Bye bye.